Also das Fohlentraining. Danach steht der Main Salon an. Meet in your village, open the main salon store, cut your horses hair in new styles. Da werden wir dann wohl die Möglichkeit haben, unseren Pferden Mähnenfrisuren zu verpassen. Also auch geflochtene Mähnen zum Beispiel. Ich bin mal gespannt, ob wir auch den Schweif zum Beispiel einflechten können. Wir können ja jetzt schon die Mähne schneiden, wenn sie uns zu lang geworden ist. Das geht ja jetzt schon. Und dann können wir halt auch wirklich Frisuren für unser Pferd auswählen. Finde ich richtig, richtig cool. Das kommt dann nach dem Fohlentraining. Aber wie gesagt, bislang gibt es für nichts davon schon ein Datum. Immer im Kopf behalten, Eloise ist die Einzige, die an diesem Spiel arbeitet. Und ich finde dafür richtig krass, wie schnell sie hier neuen Content raushaut. Muss man ganz ehrlich auch mal anerkennen, finde ich persönlich. So. Wenn wir jetzt hier gleich durch sind, dann schaue ich nochmal, was da noch auf der Roadmap steht. Also ich habe eben die Roadmap gesehen. Eloise hat die heute Nacht um 0.30 Uhr gepostet. Und ich habe mich eben total gefreut, als ich das gesehen habe, was da alles draufsteht. Weil da auch teilweise Sachen bei waren, die ich jetzt noch so gar nicht auf dem Schirm gehabt habe, dass sie überhaupt ins Spiel reinkommen. So. Das ist auch ein schickes Pferd hier. Was hat der nochmal für eine Farbe? Flexen Liver Chestnut. Also der ist auch richtig, richtig schön. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch nicht mehr wirklich Platz im Stall. Also ich muss jetzt wirklich dringend auf die große Stallerweiterung sparen. Die Weide jetzt auszubauen, macht gerade nicht wirklich Sinn. Ich brauche jetzt wirklich erstmal den größeren Stall. Und das waren, glaube ich, 250.000. Das heißt, da fehlt mir doch noch einiges für. Ich muss mal schauen. Ich müsste eigentlich noch ein paar mehr Pferde auch verkaufen. Der Pferdeverkauf bringt schon wirklich viel. Wobei auch die Turniere nicht schlecht sind, um Geld zu verdienen. Wie lange warst du im Urlaub? Ich war drei Wochen in Namibia. Die Hälfte hast du ja schon, um es positiv zu sehen. Ja, ne? Man muss sich ja auch irgendwie motivieren. So. Go to Entrance. Was kommt denn nach dem Mäden-Salon? Azur Coast. Genau. Ein neues Küsten. Ein neues Gebiet. Und da werden wir dann... Falsch rum. Da werden wir dann Rabicanus als Wildpferd fangen können. Und dann haben wir nochmal eine neue Farbe, die ins Spiel reinkommt. Danach kommt die Fashion-Boutique. Dass wir für unseren Charakter neue Klamotten kaufen können. Und auch die Frisur anpassen können. Freue ich mich persönlich auch sehr drauf. Das hätte ich mir vielleicht sogar noch ein bisschen früher gewünscht. Aber die Mehrheit hat entschieden. Eloise hat nämlich da so eine Abstimmung gemacht, um so ein bisschen zu sortieren, was der Community am wichtigsten ist. Was sie zuerst machen soll. So. Und was kommt danach? Die Veterinary Clinic. Dann haben wir nämlich einen Tierarzt. Und dann können unsere Pferde auch krank werden. Das wäre dann der nächste Punkt. Haben wir nicht eigentlich gerade... Haben wir noch einen Fool? Oder haben wir eine trächtige Stute? Ich glaube, wir haben eine trächtige Stute, oder? Kann das sein? So. Jetzt muss ich mal schauen, mit welchem Pferd wir mal noch ein paar Turniere reiten. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welches mein Bestes ist. Huh. Home Sweet Home kommt danach. Upgrade your house. Und adopt various pets. Jetzt ist es nicht cool. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir Haustiere haben können. Wie gesagt, keine Ahnung, wann das reinkommt. Ja, da hinten. Sie ist tragend. Stopp. Stopp. Picasso. Er ist genau, er ist momentan unser Bester. Also ich hatte echt nicht mit den... mit Haustieren gerechnet. Freut mich mega. Also finde ich richtig, richtig toll. Ich bin gespannt, was wir adoptieren können. Ich gehe mal davon aus, ganz stark, dass man so die Klassiker wie Hunde und Katzen bestimmt adoptieren kann. Gucken wir mal, was dabei noch alles rumkommt. Und... Ah, wir haben gerade eine Werbeunterbrechung. Dann reite ich jetzt gleich erst mal das Turnier. Place first in the Pine Forest Expert Race. Okay. Ach nee, ich muss hier absteigen. Da hat sich aber, wer echt was vorgenommen an Content... Ja, ne? Also ich finde es richtig heftig. Pine Forest Expert. Oh mein Gott. Gucken wir mal. So, die Werbeunterbrechung ist durch. Und zum Schluss. Und da ist ganz unten ein Weihnachtsbäumchen. Habt ihr, glaube ich, gerade nur verschwommen gesehen. Und da freue ich mich auch mega drüber. Weil ich liebe persönlich so Events, die einfach so, ja, die Jahreszeit so ein bisschen besonders machen. Und nicht jede, wo nicht einfach jede Jahreszeit vor sich hin dümpelt, ohne besondere Vorkommnisse. Das finde ich richtig... Nein! Das finde ich richtig, richtig cool, wenn sowas reinkommt. Und da freue ich mich also auch wirklich richtig, richtig krass drauf. Vor allem, wenn man alles alleine macht. Ja, ne? Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Eloise, die macht so viele tolle Sachen, dass ich hier halt auch wirklich sage, die packt das. Die kriegt das auch alles hin, was sie sich vornimmt. Und was ich auch sehr schätze, an der Community von Range of Rivershine, die Community, habe ich das Gefühl, ist sehr, sehr supportive. Im Vergleich zu anderen Communities teilweise. Also ich habe bislang noch nie irgendwie böses Blut gelesen. Ich habe immer nur gelesen, dass sich die Leute mega darüber freuen, was angekündigt ist. Und halt auch wirklich positive Kommentare und Lob aussprechen. Über das, was schon drin ist und wie sie das macht. Und das finde ich mega, dass die Leute nicht... Also es ist... Es kommt nicht so vor, wie es in anderen Spielen ist, dass die Leute schreiben, boah, ey, jetzt mach doch mal hinne. Und warum denn dies? Und warum denn das? Ja, ich weiß, ich bin selber auch manchmal jemand von den Maulbacken, was Star Stable angeht. Aber da liegt es auch einfach darauf, daran, dass sie gezeigt haben, dass sie es eigentlich auch anders können. Und dass man dann natürlich... Da ist man einen anderen Standard gewöhnt und dann verlangt man auch mehr. Und das finde ich aber sehr, sehr schön bei Ranch of Rivershine. Yay, wir haben es geschafft! Erster Platz! Wuhu! Dass es hier wirklich so eine positive Stimmung ist, finde ich toll. Freut mich. Freut mich wirklich. Okay. Competition Reward. Jetzt können wir die Quest auch beenden. Da kriegen wir nochmal dickes Geld. Ähm... Lupin Meadow. Crystal Lake. Lupin Meadow bringt gerade, glaube ich... Ja, Lupin Meadow. Expert bringt am meisten. Dann reiten wir das doch mal noch in der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen Geld machen können hier. Hallo, Andrea. Ich sage das ja schnell unnötige Kritik, wodurch die Entwickler oft einfach die Lust verlieren. Ja, die Lust verlieren. Und... Ähm... Also ich... Viele... Viele versprechen unheimlich viel. Bei Pferdespielen nehmen sich unheimlich viel vor. Und packen es dann nicht. Und dann kommt halt die Kritik oder teilweise dann Hate der Community. Und dann... Ja, schlafen halt auch irgendwie die Projekte so ein bisschen ein. Und... Das ist halt das Problem. Und das ist bei vielen Pferdespielern in letzter Zeit so, dass von vornherein unfassbar viel versprochen wurde. Ähm... Und... Ja, dann aber irgendwie alles Eingeschlafenes oder extrem unfertige Versionen vom Spiel rausgekommen sind. Ich finde eigentlich die Art und Weise, wie Eloise das gemacht hat, finde ich besser. Sie hat in relativ großen Abständen die Dev... Die... Die Dev-Blocks gebracht. Wo sie so ein bisschen erzählt hat, was momentan der Stand der Dinge ist. Ähm... Aber sie hat sich ansonsten während der Entwicklung relativ bedeckt gehalten und hat einfach vor sich hin programmiert. Und dann kam einfach total überraschend und plötzlich die Demo und du hast dir so gedacht, wow, okay. Das Spiel ist eigentlich schon ziemlich fertig und es funktioniert verdammt gut. Und das ist eigentlich... Ich glaube, das ist die bessere Variante. Sie hat... Ich glaube, es gab keinen Kickstarter oder Patreon für Range of Rivershine. Ich meine nicht. Ich meine, das hat sie alles selber irgendwie hinbekommen ohne finanzielle Unterstützung. Und das ist natürlich auch was. Wenn man Spiele finanziell unterstützt, dann erwartet man sich natürlich auch schon ein bisschen mehr, wenn man dafür zahlt im Vorfeld. Das hat sie nicht gemacht. Und... Wie gesagt, die erste Version war einfach schon ziemlich weit. Und das ist... Das ist... Also... Ich glaube, das ist so das Erfolgsrezept. Wie es eigentlich viel mehr Spiele machen sollten. Ein paar Hindernisse haben wir hier noch. Reicht das für den ersten? Nein! Dritte! Oh, shit. Vier Sekunden zu langsam. Bei SSO kann man auch echt mal meckern. Die haben ein ganzes Team und können es auch. Zeigen es aber nicht immer. Ja, das ist es halt. Also... Ähm... Klar, du kannst nicht immer alles perfekt machen. So, wir geben mal noch eben die Quest ab. Aber... Also... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Knapp 20 Minuten lang, wo ich das ausgiebig erkunde und meine Meinung dazu erzähle. Es gab jetzt ein komplett neues Gebiet, beziehungsweise überarbeitetes. Ja, 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 also Hollywoods, ähm, klar. Aber es ist halt die Frage, ich bin mal gespannt, jetzt kommen ja noch einige Sachen, ich bin mal gespannt, wie viel Neues es da an Content gibt. Sooo, das wäre auch bei Riding Out so leider nie fertig. Ja, das war auch da das Problem, das stimmt. So, it's always delightful to watch you compete. Es ist immer schön, dir beim Wett, bei den Turnieren zuzuschauen. The Duck Grove was especially fun, despite all the trees blocking the view. Ähm, Dark Grove war, ja, hat echt Spaß gemacht, ähm, bis auf die Bäume, die leider den Blick etwas versperrt haben. Ähm, glaubst du nicht auch, wenn Liam mehr Räume fällen würde, dann, äh, ja, würden nicht mehr so viele rumstehen. Das macht irgendwie Sinn, Madeleine. Ach, don't mind me, and let's focus. We still have one competition left ahead of us. Ach, kümmere dich nicht um mich und lass uns fokussiert bleiben. Wir haben immer noch ein Turnier, was aussteht. It's a fairly difficult one too, so I hope this bonus will help you to get ready for the upcoming challenge. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, also hoffe ich, dass dieser Bonus dir dabei helfen wird, dich vorzubereiten. So, was hat sie uns denn gegeben? Oh, 141.000 haben wir jetzt. Ich hab aber jetzt dummerweise nicht drauf geachtet, wie viel ich vorher hatte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich find die Grafik der Umgebung in SSO passt gar nicht zu den Pferden. Die sehen echt richtig gut aus und dann kommt die Gegend, die aussehen wie Handy-Grafik. Ja, also das ist tatsächlich, also sie haben, es ist nicht ganz stimmig. Bei manchen Pferden ja, die die so ein bisschen Pommik-mäßiger aussehen, sag ich jetzt mal. Was weiß ich, die Hufflinger zum Beispiel. Und das KWPN, das dann aber so super realistisch aussieht. Oder ein paar so Fino. Die sind halt schon wieder fast ein bisschen zu realistisch. Habt ihr den Teaser gesehen für die Ardenner, die im Januar kommen sollen, den SSO heute auf Instagram gepostet hat? Also da bin ich super gespannt drauf. Oh Gott ey, ich stream jetzt einfach schon mehr eine halbe Stunde und wir haben einen Tag durch. Schon wieder die nächste Rasse geplant. Nee, nicht gesehen. Ja, tatsächlich, ja, die bringen ja mittlerweile wirklich im Vier-Wochen-Takt nicht nur neue Farben, sondern auch neue Pferde raus. Moment, ich such's mal gerade raus. Oh Gott. Ich vertippe mich die ganze Zeit. Hier. Sieht, finde ich, mega goldig aus. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Nee, einen Trailer gibt's dazu. Gibt's dazu noch nicht. Also soweit ich weiß nicht. Ein Bild haben sie gepostet und sie haben dazu geschrieben, dass sie in den nächsten Wochen noch mehr Infos dazu posten. Gut. Liegt zweimal Stroh direkt nebeneinander. Ähm, unsere Wildpferde muss ich jetzt wieder trainieren. Ja, guten Morgen, ihr zwei. Die wieren mich hier wieder an. Es ist halt momentan, mach ich hier halt wieder sehr, sehr viel das Gleiche, solange bis die beiden austrainiert sind. Habe ich eigentlich gerade noch Platz im Stall? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal neue Wildpferde finden, dann brauche ich gar nicht erst dahin, weil das macht keinen Sinn. Sobald ich eh keine mehr aufnehmen kann. Sobald ich eh keine mehr aufnehmen kann. Sobald ich dir, wenn du mit dem oder anderen hast, wenn du eine du mit dem auch wehren sollst. Sobald ich auch ein bisschen mehr aufnehmen kann. Sobald ich aber auch nicht. Sobald ich mir alles mal aufnehmen kann. Sobald ich auch das vorbürohene. Sobald ich aus.